GZSZ Zoe hat auf Jessica geschossen, die nun verletzt am Boden liegt. Wie schlimm ist die Verletzung? Muss sie am Ende etwa den Serientod sterben? So geht es bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, in Folge 7857 am Donnerstag, 21. September. Weiter! Achtung! Spoiler! GZSZ Wird Jessica nach dem Schuss den Serientod sterben? Zoe, Lara Dendelein Seibert, hat nun nicht nur Yvonne, Gieser, Zach. In ihrer Gewalt, sie hat auch geschossen. Als Jessica, Nina Enzmann und ihr Kollege Yannick gerade flüchten wollten. Der Schuss hat Jessica getroffen, die nun am Boden liegt. Philipp schaut sich ihre Verletzung an, doch Zoe verliert die Nerven und will keine Behandlung zulassen. Moritz, Lennart Borchardt, hat große Angst, dass seine Mutter, die von Zoe entführt wurde, getötet wird. Laura, Krüssenzi Kawasi, und Katrin, Ulrike Frank, versuchen, ihn zu beruhigen. Währenddessen fährt sein Ex-Freund Luis, Marc Weinmann, mit seinen Kumpels Tuna, Thomas Drechsel, Erik, Patrick Heinrich, und Nihat, Timur Oelker, zum Zelten, um sich von Moritz und dem Liebeskummer abzulenken. Yannick erkennt nun, dass Jessica ihn gerettet hat, indem sie sich vor ihn geworfen hat. Zoe gibt Philipp nun doch das nötige Material, damit er Jessica behandeln kann. Zum Glück hat der Schuss Jessica nicht allzu schlimm verletzt, sie überlebt. Wenig später gesteht Yannick, dass er die Uhr eines Patienten geklaut hat und sie in Jessicas Tasche fallen ließ, damit sie als Diebin beschuldigt wird. Jessica ist erleichtert, dass nun die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Jo Gerner schlägt Auftragskillerin Zoe einen Deal vor. Dann kommt plötzlich Yvonne Mann Jo Gerner, Wolfgang Barrow, aus dem Fahrstuhl. Zoe fesselt auch ihn. Jo schlägt Zoe schließlich einen Deal vor. Er hilft ihr bei der Flucht, besorgt das Geld und bleibt ihre Geisel, wenn sie alle anderen freilässt. Jo ruft Katrin an, die ihm bei dem Lösegeld helfen soll. So erfahren auch John, Laura, Maren und Moritz davon, dass Zoe inzwischen noch andere Geiseln in ihrer Gewalt hat. Zoe hält sich jedoch nicht an Jo's Plan, sondern nimmt Yvonne statt ihn als Geisel mit. Als der Hubschrauber kommt, verspricht Zoe, dass sie Yvonne freilässt. Doch wird sie ihr Versprechen halten? Wenn sie ihr in die Ne Twenty-Tunten sind, dann